So, hi Leute, Riopra wieder hier und heute ist es Zeit für ein neues Tutorial. Nämlich wieder mal Psy, aber diesmal nicht der Gangnam Style, sondern Gentleman. Ich spiele wieder auf der zwölfseitigen Gitarre, geht natürlich genauso auf der sechseitigen. Jo, fangen wir an mit der Intro wie immer. Ähm, ich könnte es auch vorher einmal spielen, okay, also. Fangen wir trotzdem mit der Intro an. Fangen wir trotzdem mit der Intro an. Ja, genau. Den restlichen Part vom Lied, den kann ich gleich noch hinterherwerfen. Also, wir fangen erstmal mit der Intro an. Das ist im zehnten Bund auf der G-Seite. Ja, genau so anschlagen, also. Ja. Bevor ihr damit anfangen könnt, könnt ihr auch die Intro, wo man eigentlich nichts spielt, so klopfen. Hier hinten an der Gitarre ist es ganz praktisch. Gibt es zwei Seiten. Die klingen verschieden. Also, wenn man hier mit dem, mit den drei kleinen Fingern raufklopft und mit dem Daumen, kommen verschiedene Töne. Also, so kann man die Intro beginnen mit... Und dann geht's los. Also... Bei dem Ton waren wir stehen geblieben. Dann gehen wir einfach zwei Bünde tiefer in den achten Bund. Mit dem Zeigefinger, wenn möglich. Dann wieder zurück in den zehnten. In den elften. Dann wieder in den zehnten. Und dann wieder in den achten. Also... Dann wieder in den zehnten. Achter. Und dann nochmal zwei Bündetippe in den sechsten. Ein weiter. Ja, also... Das war die Intro. Nochmal zusammengefasst. So, und jetzt kommen schon Powerchords. Wie Powerchords gehen, wisst ihr hoffentlich. Beim ersten Mal erkläre ich es nochmal, okay? Also, auf der A-Seite. Im achten Bund. Ja. Dann auf der D-Seite im zehnten Bund. Mit dem Ringfinger. Und mit dem kleinen Finger da drunter auf der Seite. Also auf der G-Seite. Auch noch im zehnten Bund. Das hört sich dann so an. Nicht die tiefe E-Seite mitspielen. Ganz wichtig. Das hört sich dann so an. Okay? Das geht direkt von der Intro darüber. Also... Da kommt im Prinzip nochmal dasselbe wie eben. Also... Genau so eine Schlange. Dann zwei Bünde weiter. Runter. Und dann wieder hoch. Und dann noch einen höher. Und dann wieder zurück. Also hört sich das dann so an. Also im Prinzip immer nur hin und her. Und die Melodie werdet ihr ja wohl kennen. Also... Und den Teil der S kommt. Den bitte nur mit dem Zeigefinger oder... Egal. So. Ähm... Im vierten Bund auf der A-Seite. Also wieder dieses nach vorne rutschen. Bloß diesmal auf der A-Weite. Das hört sich dann so an. Dann kommt der Teil nochmal. Also kann ich ihn auch direkt spielen. Ja, wenn ihr cool seid, könnt ihr die noch so ein bisschen wenden, wenn ihr Bock habt. Ne. So. Ähm... Ja, das war der Teil. Dann gehen wir direkt in die Strophe über. Dazu kommt ein Powerchord auf der E-Seite im ersten Bund. Also den Zeigefinger auf der E-Seite im ersten Bund. Dann den Ringfinger auf der A-Seite im dritten Bund. Und darunter wieder den kleinen Finger. Also auf der D-Seite im dritten Bund. Hört sich um einiges voller an, der Ton. Okay. Ähm... Zweimal anschlagen nur. Also... Und abdämpfen. Mit dem Handballen. Dann... Das ist ein bisschen trickier zu spielen. Ähm... Rutscht ihr mit dem... Also nicht rutscht ihr, sondern... Ähm... Packt ihr irgendeinen Finger. Es ist euch überlassen welchen. Daumen wird schwer, aber egal. Ähm... Auf der A-Seite in den... Achten Bund. Wieder mal. Also zweimal anschlagen. Dann wieder zurück. Wieder zweimal anschlagen. Dann... Ähm... In den neunten Bund. Achter Bund. Und... Sechster Bund. Also... Nochmal insgesamt. Nochmal insgesamt. Wieder zweimal. Und wieder der... Ähm... Achte Bund. Ja. Auf der A-Seite natürlich. Und dann kommt wieder diese... Vom vierten Bund auf der A-Seite ausgehend. Also hört sich das insgesamt so an. Und... Kommt auch wieder zweimal. Dann kommt's... Also wir enden... Ja. Dann kommt ein... Sehr komisch zu spielender Akkord. Also ähm... Der hört sich so an. Der wechselt auch. Also von... Also so wird der Teil jetzt gespielt. Ähm... Wieder mal im achten Bund. Aber diesmal auf der hohen E-Seite. Und auf der H-Seite. Mit dem Zeigefinger also Barré greifen. Also ihr deckt mehrere Seiten mit dem Zeigefinger ab. Dann... Ähm... Ja. Kommt in den zehnten Bund. Auf der D-Seite kommt der Ringfinger. Und darunter auf der G-Seite kommt der kleine Finger. Das hört sich dann so an. Nur die untersten vier Seiten natürlich anschlagen. Das soll sich aber ja so anhören. Deswegen kommt... Immer wenn der Ton etwas höher sein soll. Also der Kord. Bei dem tut ihr einfach noch... Ähm... Also einfach... Ähm... Den Mittelfinger. Ja. Den Mittelfinger. Ähm... Auf die... Neunte Seite. Äh... In den neunten Bund. Auf die H-Seite. Also... Das kommt ein paar Mal. Ich glaub viermal. Oder sechsmal. Ich glaub viermal. Ähm... Und dann... Und dann... Kommt... Etwas einfacheres. Mit dem Mittelfinger. Oder so. Ich mach einfach alles mit dem Mittelfinger. Mit dem Mittelfinger die... D... Und die... Ähm... G-Seite. Die D- und die G-Seite abdecken. Und zwar... Rutschen von... Vom fünften Bund aus... Ähm... Bis in den zehnten. Und dreimal anschlagen. Also... Zweimal. Dann nur noch vom neunten in den zehnten. Also es ist eigentlich ganz einfach. Müsst nur ziemlich stark drücken, damit man das halt noch hört. Ja. Welcher Teil kam jetzt noch? Ja, jetzt kommt nur noch dieses Zwischenspiel. Das hört sich so an. Das kommt nach dem... Also das wird jetzt noch die ganzen Teile, die ich euch gezeigt hab. Die werden ein paar Mal wiederholt. Und nach der großen Pause in dem Lied... Ich weiß nicht wann das ist. Ungefähr bei 1, 20 oder so. Keine Ahnung. Ähm... Kommt dieser Teil dann. Da kommt eine etwas längere Pause. Und dann kommt der Teil. Ja. Ja. Also das sind einfach Einzellnoten. Es fängt an auf der A-Seite im... Genau. Achten Bund. Ja. Dann im zehnten Bund auf der D-Seite. Dann im selben Bund, aber eine Seite tiefer. Also auf der D-Seite. Kurze Pause. Dann bleiben wir auf der Seite, aber gehen zwei Bünde tiefer. Also in den achten. Dann gehen wir wieder in den zehnten. Aber den lassen wir nicht an den Finger, sondern wir sliden den einen höher. Und dann wieder zurück. Also... Ja, das kommen drei Mal hintereinander. Und dann kommt wieder vom vierten Bund auf der A-Seite aus. Das wird alles ein paar Mal wiederholt. Ich glaube, der Teil wird vier Mal wiederholt auch. Und ja, das war's eigentlich schon. Damit verabschiede ich mich. Und ja, immer schön liken, kommentieren, wenn es euch gefällt. Oder Verbesserungsvorschläge. Was weiß ich. Macht einfach, was ihr wollt. Bis dann. Rock and out. Rock and out. Rock and out.